Nach der Katastrophe. Die Zivilisation ist tot. Das Land ist verwüstet. Die Städte sind ausgestorben. Nur kleine Gruppen von Menschen haben überlebt. Sie kämpfen um das nackte Leben. Sie sind zum Überleben verdammt. Holt sie da raus! Wir haben uns gehört. Hier ist keiner. Nein, das glaub ich nicht. Jede nicht autorisierte Person, die auf diesem Areal angetroffen wird, ist ein Spion oder Saboteur. Es gibt keine Regierung mehr, klar. Und die Army auch nicht. Es gibt ein paar Menschen hier. Die sind freundlich, die machen Musik. Frauen gibt's da, wie sie sie noch nie gesehen haben. Für diese Menschen gibt es kein Gut und kein Böse mehr. Es gibt nur eine Entscheidung. Töten oder getötet werden. Ich bin hier nicht verwehrt. Wo willst du mit mir hin? Nach Genesis? Das wird keinen Unsinn. Wir möchten mehr über Genesis erfahren. Hitler, wir fort! Wir bringen ihn auf. Der wird nicht mehr viel zu erzählen haben. Legt ihn um! Ein Überfall! Macht's schnell! Ein Albtraum wurde Wirklichkeit. Eine Welt ohne Gesetze und ohne Moral. Sie waren einem grausamen Schicksal entronnen und sind zum Überleben verdammt. Damit haben die Schicksal ent rising ist, was ein Ball echt gekriegt. Gerald sich so hoch vor. Deswegen ist immer wieder in función pro Ruhiger im Homegirlys. Dann nach Querarlos. ąt bis zu Leisep宴. Vielen Dank.